Meine lieben Freunde, auch ihr seid wieder hier bei mir im Garten. Am 1. Juni findet der erste Trachtenfrühling hier bei uns im Bezirk statt, im Rockstudel, in Halbdurn. Ich, Manuel Hafner und Freunde werden an diesem Tag live, diesen Abend musikalisch untermalen. Und unsere Freunde aus Wien, die Rotzbieten, werden uns musikalisch begleiten, unterstützen. Sie werden den Abend eröffnen mit wunderschönen Liedern. Bei dieser Band ist einer schöner wie der andere, wie bei uns, wie bei Manuel Hafner und Freunde. Auf Lise. Und meine lieben Freunde, noch wichtig zu sagen ist, jeder, der mit einer Tracht, mit einer Lederhose oder mit einem Dierenl kommt, bekommt ein Gratisgetränk beim Eintritt. Nicht ein kleines, ein bisschen größeres. Da freut sich auch schon die Lise ein bisschen drauf, auf das Gratisgetränk, muss ich sagen. Lise, ein bisschen verstoppt ist die Lise. Da werden wir immer langsam reiten in die Lise. So meine lieben Freunde, das Wichtigste an den Abend. Fünf, nicht vier, nicht drei, fünf wunderschöne Mädchen aus diesem Bezirk werden die Dirndl der Modedesignerin Sonja Fellner tragen und an diesem Tag vorführen. Ich werde mit diesem Mädchen tanzen, bis die Schuhe rauchen. Und meine lieben Freunde, noch wichtig zu sagen ist, diese Dirndl kann man auch kaufen. Und Gratisgetränke, 1. Juni, Rockstoll, Rotzbippen, Manuel Hafner und Freunde, Gratisgetränk und nochmal Gratisgetränk. Und wir werden auch die Lili, die Lisa, meine Kuh mit dem Lasso fangen. Viel Spaß, bis am Samstag. Wir sehen uns.